Und in unserem Bonjour begrüße ich jetzt in Berlin meine WDR-Kollegin Katrin Brandt. Frau Brandt, ein Jahr Pegida, wir haben es gesehen. Wie sieht man das in Berlin? Na, mit großer Sorge, so nehme ich das hier jedenfalls in Berlin wahr. Es gab ja mal Zeiten, da hat SPD-Chef Sigmar Gabriel sich auf den Weg gemacht nach Dresden und hat das Gespräch gesucht mit Pegida. Ich glaube, das will er heute zu Tage nicht mehr machen. Er hat sich jetzt geäußert und hat gesagt, dass da offen rechtsradikale Menschen unterwegs sind, dass da nicht mehr die Biedermeier sind, sondern die Brandstifter, die da unterwegs sind und dass das Gespräch offensichtlich sehr, sehr schwierig wird. Es wird hier in Berlin allgemein dazu aufgefordert, dass die bürgerliche Gesellschaft, dass die Mitte der Gesellschaft und dass der Rechtsstaat sich auf den Weg machen müssen, gegen Pegida ein Zeichen zu setzen. Also die Harmlosigkeit, die vielleicht mal vor einem Jahr noch wahrgenommen wurde, als da sind besorgte Bürger unterwegs, das muss man ernst nehmen, mit denen muss man sprechen. Aus dieser Phase ist die Berliner Politik, glaube ich, raus. Kritiker sagen ja, die Gesetze gegen den Flüchtlingsstrom, die jetzt gekommen sind, seien zu spät gekommen. Man hätte Pegida früher diese Themen wegnehmen müssen. Was sagen Sie dazu? Ich halte das für, ja, falsch ist vielleicht zu hoch gegriffen. Es ist natürlich jetzt müßig zu sagen, was hätte passieren können, wenn vor einem Jahr diese Gesetze schon gemacht worden wären. Vor einem Jahr sind wir davon ausgegangen, dass dieses Jahr vielleicht 200, 300 oder 400.000 Flüchtlinge kommen könnten. Das war eine Zahl, die galt allgemein als zu bewältigen innerhalb der Berliner Politik. Warum hätte man zu diesem Zeitpunkt diese Gesetze machen sollen, die ja zu großen Teilen auf Abschreckung ausgerichtet sind? Das ist die größte Verschärfung der Asylgesetze, die wir seit den frühen 90er Jahren erleben. Warum hätte man zu einem solch frühen Zeitpunkt das schon machen sollen? Und nicht vergessen, es gibt immer noch Politiker, die immer mal wieder darauf hinweisen, warum das alles passiert. Weil wir hier in Deutschland aus Barmherzigkeit, so hat es vorige Woche jemand im Bundesrat mal formuliert, aus Barmherzigkeit Menschen aufnehmen, denen zu Hause alles weggeschossen wird, die mit dem Leben, die zu Tode kommen könnten, wenn sie zum Beispiel in Aleppo blieben. Und der deutsche Staat möchte gerne diesen Menschen helfen. Die deutsche Politik möchte gerne diesen Menschen helfen. 400.000, das galt damals als zu schaffen. Jetzt haben wir eine sehr, sehr viel höhere Zahl. Und es gibt immer noch Menschen, die sagen, immer noch Politiker, die sagen, wenn wir uns gut organisieren, ist das hinzukriegen. Warum hätte man zu diesem früheren Zeitpunkt diese Gesetze machen können? So wie ich Pegida wahrnehme, ich verweise nur auf den Sonntagabend, das Gespräch bei Günter Jauch mit dem AfD-Funktionär Björn Höcke, da sind ja auch Leute unterwegs, die sich so eingeigelt haben in ihrer Welt, die so hermetisch abgeschlossen sind und nicht zugänglich sind gegenüber Argumenten, dass auch vor einem Jahr schon vermutlich die Tatsache, dass Deutschland ein starkes Land ist und sehr wohl in der Lage ist, einige hunderttausend Menschen aufzunehmen, gar nicht verfangen hätte. Ja, das war ein viel diskutierter Auftritt von Herrn Höcke da bei Günter Jauch. Das Phänomen AfD ist ja eng zusammenhängend mit Pegida. Die sind im Aufschwung, was die Zahlen anbetrifft. Ist das ein Aufschwung, der sich halten wird? Ja, das ist natürlich die große Frage. Und wir können gerne uns für heute in einem Jahr verabreden und gucken, was daraus geworden ist. Wir haben noch zwei wichtige Landtagswahlen im nächsten Jahr in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz erst mal. Und abhängig davon, wie die AfD dort abschneidet, werden wir natürlich hier in Berlin eine ganz andere Diskussion bekommen. Wir hatten schon mal Zeiten, in denen die AfD bei zehn Prozent bei Landtagswahlen abgeschnitten hat. Dann hat sich das Ganze wieder nach unten verabschiedet. Die Frage ist jetzt, wie wird sich die Spaltung der Partei auswirken? Jetzt, wo ganz klar ist, was die AfD nämlich wirklich ist, wie wir es am Sonntagabend ja gesehen haben, eine Partei, die offen ausländerfeindlich ist und eben nicht wirtschaftsliberal, wie das eine Zeit lang ein Flügel zumindest versucht hat, darzustellen. Also je nachdem, wie die AfD sich hält bei diesen ersten Landtagswahlen, wird sich die Diskussion hier in Berlin verschärfen. Die Politik sagt, zumindest einige, wir werden natürlich jetzt nicht anfangen, uns nach Tagesumfragewerten zu richten mit dem, was wir machen, sondern mal abwarten, dass die CDU, CSU jetzt mit 37 Prozent auf einem der niedrigsten Werte der vergangenen Jahre ist. Das muss erst mal niemanden erschüttern. Das war schon immer so, dass eine bestimmte Zeit nach der Wahl die Werte für die Regierungsfraktionen in den Keller gegangen sind. Und auch Angela Merkel hat schon schlechte Werte gehabt in ihrer Kanzlerschaft. Die waren nicht immer so beliebt, wie zum Beispiel Anfang dieses Jahres noch. Also ein bisschen Gelassenheit wird der Berliner Politik da gut zu Gesicht stehen. Nächstes Jahr um diese Zeit, wie gesagt, sieht das möglicherweise ganz anders aus. Dann verabreden wir uns dafür. Noch eine Frage habe ich zum Schluss. Die Flüchtlingspolitik hat ja jetzt erst mal dieses, erst mal ist jetzt dieses Maßnahmenpaket verabschiedet. Die Kanzlerin war in der Türkei. Wie geht es jetzt weiter? Müssen wir mit weiteren Maßnahmen rechnen oder wird jetzt einfach abgewartet, wie man weiterhin mit dem Flüchtlingsstrom umgeht? Also ich habe den Eindruck, dass viele jetzt glauben, auch gerade in der CDU, CSU, dass es Zeit ist, jetzt ein bisschen Ruhe zu bewahren und mal zu gucken, ob dieses Paket tatsächlich greift. Natürlich hoffen viele, dass über den Winter die Zahl der Flüchtlinge, die kommt, geringer wird und sich die Lage in den Gemeinden ein bisschen entspannt. Mal sehen, was dann das Frühjahr bringt. Natürlich wird weiter diskutiert, gleichzeitig auch davor gewarnt, jede Woche eine neue Sau durchs Dorf zu treiben. Aber natürlich steht dieses Thema Transitzonen weiter im Raum. Wie könnte Deutschland seine Grenzen sichern? Sichern ist das eine oder vielleicht zumindest so weit unter Kontrolle bekommen, dass die Zahl der Flüchtlinge geringer wird, in der Hoffnung, dass vielleicht Europa auch ein Teil der Last abnehmen wird. Diese sogenannten Transitzonen hätten ja die Aufgabe, zu puffern am Rande Deutschlands und gerade das Land Bayern zum Beispiel zu entlasten. Bis jetzt hat mir noch keiner erklären können, und das sagen die Bayern auch selber, wie das tatsächlich funktionieren könnte. Aber dieser Begriff, Transitzonen, wird hier weiter durch die Berliner Politik geistern. Wie gesagt, mal sehen, was das nächste Frühjahr bringt. Ich hoffe und ich glaube, dass der Winter die ganze Lage ein bisschen beruhigt. Katrin Brand vom WDR aus Berlin, herzlichen Dank.